Entschuldigungen sprechen dich nicht frei, weil sie oft künstlich sind. Was ich so beobachte, ist oft, dass Entschuldigungen in sind. Und wenn sie in sind, dann bedeutet das, dass sie einen gewissen Modecharakter haben. Natürlich ist es selbstverständlich, wenn man sich für etwas entschuldigt, was man falsch gemacht hat, was man mutwillig falsch gemacht hat, was überhaupt auch schiefgelaufen ist, in Angesicht deines Daseins oder durch dein Dazutun und dein Fehlverhalten und all die Möglichkeiten, die wir als Menschen in unserer Konflikthaftigkeit haben. Das ist keine Frage. Und natürlicherweise braucht es dafür Entschuldigungen. Und eine Entschuldigung ist besser als gar keine Entschuldigung. Oder eine Entschuldigung ist besser als die Ignoranz. Das heißt, ich habe ja nichts gemacht, ich habe mich für nichts zu entschuldigen und ich setze das aus oder ich ignoriere das oder ich gehe einfach weiter. Also die Natur der Entschuldigung ist tatsächlich, ich habe mich fehlverhalten, was auch immer das Fehlverhalten war, und dafür entschuldige ich mich. Aber auf der anderen Seite, wenn du genau hinschaust und die Welt betrachtest, die Welt in deinem Freundes-, Bekanntenkreis, überhaupt auch die Welt mit den Menschen und den zahlreichen Entschuldigungen, die es so gibt, fällt dir möglicherweise auf, dass viele Menschen sich entschuldigen, quasi reflexhaft im Reflex, so wie man eben sich entschuldigt, wenn einem gerade was aufgestoßen ist oder wenn man Pups gelassen hat oder wenn man sowas hatte, also in der Art, dass das zu schnell ist und irgendwie zu unauthentisch ist, also nicht so echt ist, wie wir das für eine Entschuldigung gewöhnlicherweise brauchen. Eine Entschuldigung braucht also eine wirkliche Reue. Ich bereue etwas. Es tut mir wirklich leid. Und dieses Leid von dir oder demjenigen muss einfach spürbar sein oder sichtbar sein oder von der Belegführung her, blöder Ausdruck, aber ich nehme ihn mal, so, dass es wirklich wahrhaftig erscheint und nicht wie etwas Künstliches, wo man sagt, naja, die Entschuldigung drücke ich mir als Stempel auf jeden Fall auch noch auf, vorsichtshalber, bevor gar nichts passiert. Und dann habe ich auf jeden Fall mal was Gutes getan, das kann ja nicht schaden. Aber so richtig entschuldigen wollte ich mich eigentlich nicht. Diesen Eindruck hat man oft bei Menschen, der Entschuldigung. Das heißt, es wird sehr schnell entschuldigt und dann kommt sehr schnell eine Verbeugung und dann wird das abgedienert. Aber Entschuldigung impliziert ja wirklich und tatsächlich, dass uns das wehtut, wenn auch nicht immer oder ständig oder tief, sodass wir uns dann deswegen was antun oder uns minderwertig fühlen. Das nicht, aber eben doch in dem Grad von Schuldbewusstsein, das bei demjenigen, bei dem ich mich also auf diese Art richtig entschuldigt habe und wahrhaftig entschuldigt habe, auch rüberkommt und diejenigen das dann spüren. Also das ist schon etwas Prozessuales, was eine gewisse Zeit braucht. Und ein Schuldbewusstsein braucht, das immer mal wieder aufflammt und da ist. Und wenn dieses Schuldbewusstsein vor allem in Form eines Schuldgefühles entsteht, dann kannst du sicher sein, dass das auch ankommt. Egal wie du es ausgedrückt hast. Das muss nicht mit Worten vollkommen eloquent ausgedrückt sein. Da müssen nicht irgendwelche Kondolenzschreiben kommen und derartiges mehr, sondern es braucht einfach die Wahrhaftigkeit deines Gefühlseindruckes und dann wird sich das schon auf welche Art und Weise auch immer übertragen und bei denjenigen, die die Entschuldigung brauchen, ankommen. Also dieser Hinweis, Entschuldigungen, die heute in der heutigen Zeit schnell kommen und geradezu reflexhaft kommen, nicht gleich so anzunehmen, sondern erst mal abzuwarten und zu schauen, was kommt denn da an bei dir? Was entsteht denn da in der Folge? Ich habe neulich mal ein Audio gemacht über Vergebung. Die Vergebung ist schon wichtig und die Frage ist natürlich auch letztendlich, wer vergibt denn letztendlich? Sind es die Menschen, die untereinander vergeben? Oder ist es ein anderes Bewusstsein, das vergibt? Also eine andere Instanz, die vergibt. Etwas Karmisches, das vergibt oder eben nicht vergibt. Vergibt Gott? Ja, Gott kann vergeben. Jesus kann dir deine Sünden vergeben oder wer auch immer in der Art. Aber Vergebung ist ja auch etwas sehr Umfassendes und natürlich haben wir als Menschen auch mit Vergebung zu tun. Aber hier geht es ja nur um die Entschuldigung. Und die Entschuldigungen sprechen eben nicht automatisch frei, sondern sie brauchen ein Schuldbewusstsein, bevor etwas entschuldet werden kann und vergeben werden kann. Und dieses Schuldbewusstsein hat eine Wirkung im Sinne einer Wiedergutmachung zum Beispiel oder im Sinne einer Reue oder im Sinne dessen, dass ich mich gewissenhaft damit rumschlage und auch quäle, also auch quäle als Möglichkeit. Sicherlich nicht in einem fulminanten Weg, aber eben doch damit auseinandersetze. Und dieses Freisprechen ist ja niemals eine einfache Angelegenheit und viele Menschen tun heutzutage das sehr schnell ab, wie gesagt, reflexhaft und sagen, so, ich habe mich entschuldigt, das ist gut, ich habe jetzt nichts mehr damit zu tun, ich muss nichts mehr wiedergutmachen, ich muss nicht noch weiteres leisten und all diese Geschichten. Und man hat dann den Eindruck, ja, das ist schnell abgedienert und schnell ausgesprochen, damit bloß nichts Schlimmeres folgt. Vor allem eben nicht der Prozess einer Gewissenhaftigkeit, der ja dazu auch gehört, samt dem Prozess einer Vergebung, wie auch immer sie geartet ist oder wer auch immer an ihr beteiligt ist. Das ist ja der Punkt. Und insofern der Hinweis einfach hier in diesem Audio, dass Entschuldigungen nicht automatisch freisprechen, sondern tatsächlich auf diesen künstlichen Charakter haben, diesen Floskelcharakter. Wir haben ja auch Grußfloskeln. Es gibt zahlreiche Grußfloskeln und Begrüßungen. Und das geht natürlich sehr in Richtung Moral, Moralisierung, Moral, das gehört sich so oder das ist Anstand, genauso wie ein gewisser Dresscode notwendig ist oder notwendig scheint oft in der Art. Zu sagen, ein integrer Mensch, ein Mensch, dem man vertrauen kann, hat immer Schlips und Kragen, Schlips und Kragen und zumindest ein Sakko, wenn nicht ein Anzug. Und das haben uns ja Generationen von Maklern oder Generationen von Geld-Jongleuren und Finanzhaien und diesen also schlimmen Personen vorgemacht und vorgegaukelt und damit uns belogen, indem sie im Täger wirkten, aber in Wirklichkeit die absoluten Haifische waren und zwar die bösen Haifische, die alles verschluckt haben und sich auf die Arten dann durchsetzen wollten, also etwas wirklich vorgegeben haben, was sie nicht sind. Und davon gibt es viele Menschen, die nicht wirklich authentisch sind, sondern die ihre Strategie fahren und insofern auch diese Strategien des schnellen Entschuldigens, des voreiligen Entschuldigens, vielleicht auch mit Wiedergutmachungsaktionen. Ich habe das im Bekanntenkreis erlebt, dann hat der natürlich irgendwo ein Schuldbewusstsein, will er das mit einem Abendessen wiedergutmachen und aus der Welt schaffen oder will das eben mit einem schnellen, so ich gebe dir jetzt was, damit du zufrieden bist, du armer Tropf, aber geh mir nicht weiter auf den Bäcker. Das ist ja das, was da oft passiert und was ich hier bemängle und was oft ein Problem ist und was ich als Künstlichkeit deklariere. Und da sollte man sich eigentlich davor vorsehen und genau auf das achten, was da wirklich passiert. Also wenn mir etwas passiert und ich diese Entschuldigung dann zugebe oder mich entschuldige, dann meine ich das auch so. Und zwar nicht, weil ich es aus der Welt haben will, sondern ich muss es dann mit mir selber ausmachen. Und es braucht dann eine kürzere oder eine längere Zeit, aber es ist etwas, was dann wirklich von dem Schuldbewusstsein gefolgt ist. Und das Schuldbewusstsein regelt das dann letztendlich in dem Ausgleich. Wie der Büßer, der etwas büßen muss, der das Opfer, das eine Genugtuung braucht und dadurch ein Ausgleich geschieht. Das ist schon sehr wichtig. Das ist der Sinn von Bestrafung auch. Oder das ist der Sinn von Sühne. Oder das ist der Sinn von Reue und so weiter. Also diese Komplexe sind sehr interessant und immer wieder zu beachten für uns Menschen.